Hey, das ist dein Fahrrad? Ja, cool, warum bist du blumig? Hi, du magst deinen Style? Scheinst ein blumiger Mensch zu sein. Wie bitte? Oder echte. Hey, ich mag dich. Ist das deine Freundin? Cool, ich wollte euch nur sagen, ich mag euch. Ihr zwei seht hübsch aus zusammen. Ich mag euch beide. Ja, das ist schön. Ja, oder? Hey, das Äußere ist erstmal der erste Eindruck und der Rest fangt, oder? Das machen wir jetzt mit der Info. Dann hätte ich einige Kaffees noch zu trinken. Nein, 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 das mache ich nicht. Hey, hey, ganz kurz. Bist du offen für ein Kompliment? Wie bitte? Bist du offen für ein Kompliment? Kommt doch das Kompliment drauf an. Das Kompliment ist, ich mag dich. Danke. Hey. Hi, warum lächelst du so? Weil ich dich mag. Darf ich dir ein Kompliment machen? Gerne. Ja? Ah, das sieht total klasse aus. Ich mag dich. Dankeschön. Hey. Hey. Ich mag dich. Hey. Ich mag dich. Was willst du denn promoten? Sag, was willst du denn? Okay, ich sag dir, was ich promote. Ja, du willst du von den Kanal. Wir haben es gerade gesagt. Ich promote Nummer eins, meine Handynummer. Wow. Du hast mich nicht mal gespeichert. Das war nur... Ich habe in dem Moment, glaube ich... Ah, hier. Ah, hier. War das richtig? 06? Ich muss noch die Plus. Und Nummer zwei, ich promote Komplimente und Positivität. So, wenn du mitmachen möchtest, kannst du im Laufe des Tages, völlig egal, ob das jetzt ist, ob das heute Abend ist, in deinem privaten Umfeld oder jemanden komplett Fremden, einfach auch ein Kompliment machen. Cool. Cool. So, what do we do about that number now? Ah, yeah. I got a Charolian number, so. Alright, so then, gimme. What? Sure. These Unis people, not grumpy at all. 0664. Ich bin halt aus Deutschland, so. I heard that. Aber du kannst mir trotzdem deine Viennese Nummer geben. Vietnames Nummer. 0664. Wir sind noch heute Abend da. Wenn du irgendeinen coolen Tipp hast für uns, ich weiß eh nicht, was ich tun soll mit ihr. 181. 181. 181. Knapp eine Woche hier. Knapp eine Woche. Ich glaube, ich kriege jetzt Anschiss. Ja. Ich muss weiter Komplimente verteilen, oder? Ich gehe weiter. Muss ich weitermachen? Ja, okay. Ich gehe los. Okay, okay. Wollen wir beide hingehen? Komm, wir machen's zusammen. Meine Freunde und ich wollten nur vorbeikommen und sagen, wir mögen dich. Wir mögen dich. Hi. Hallo. Hi. Ähm, sprichst du Deutsch? Okay, cool. Weil ich mag dich. Und äh, meine Freundin und ich, wir sind der Meinung, dass wir dir das sagen sollten. Da vorne. Maddy. Hier. Magst du sie? Ja. 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 Ja.